Oh, ох. poi Jetzt gehts' rund. Erst die Oma, dann der Hund. Wir switchen rüber und let's rock! Hahah! Hier komme ich! Was macht denn Sonic beim HarvardCome? Hör mir mal gut zu, しöp ich hab echt keinen Bock auf Ärger! Geh zurück in dein eigenes Lande! Wo's geht? Wir gehören jetzt- Es gibt doch auch Sonic Racer-Spiel, ne? Ich weiß auch nicht, ob das geil war. Ich hab's nie gespielt. Jetzt alle zusammen. Sei vorsichtig mit dem, was du da sagst, Mann. Gleich doch, komm ab, Alter. So brutal ist das alles, wenn man eine Bombe schmeißt. Ist mir im Spiel noch nie passiert. Knuckles, das muss Mario sein. Er nimmt, er nimmt Rennen immer viel zu Ernst. Er nimmt alles immer viel zu... Die hat doch Fressverdienkriechen, Alter. Zu Ernst. Ihr Mutterfikerler wird einfach nicht Nintendo-Charaktere ein. Und auch noch zu meinem Spiel? Jetzt kommt doch nach Star Wars oder was? Hoch, liebe Portrace. Heilige Scheiße. Der fackelt einfach ab, als wäre es nicht, Junge. Er tötet alle nicht Nintendo-Fahrer. Was ist der? Ein verdammter Rassist? Der brennt immer noch so, wie so eine loternde Fackel. Du bist ja nicht Nintendo. Du bist Peace-Tendo. Peace-Tendo. Ja, die hatte ich auch mal. Die ist geil. Junge, die Grafik, die war Bombe bei den Dingen. Das bedeutet, ich hab noch mal Klick. Alle fahren vorbei, außer mal... Das ist doch ein Nintendo-Charakter. Warum tötest du deinen eigenen Dinosaurier, auf den du bereitest, Junge? Na gut, er ist ja noch nicht tot. Er hat bloß einen Blas Splitter in Wands. Das heißt, er könnte bald sterben. Und wenn er stirbt, dann ist er tot. Ja, komm, Eier aus meinem Arsch! Ja, komm, Eier aus meinem Arsch! Ja, das kann Yoshi gut. Ich hätte diese Fähigkeit auch gern, dauernd Eier aus dem Arsch zu pressen. Ey, du hättest ein Leben lang immer schöne Frühstückseier, Mann. Gut, die werden zwar ein bisschen braun, wenn sie aus Menschenärsche kommen, aber das ist ja egal. Drinnen sind sie doch schön. Nein, meine Arsch! Ja, ist tot. Oh, die Banane sieht aber lieber voll aus. Oh, oh, ich ahne Schreckliches. Ich bin 23 Jahre über Fässer gehüpft. 23 perfekte Jahre! Aber Donkey Kong gehört doch dazu. Mario vs. Donkey Kong. Oh, oh, ich ahne es. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich bin so mit durch, Junge. Und da kommt ne Scheiße noch an der Spitze mit raus. Hoffentlich war es wenigstens ein Leckerbein rausgeulend. Oh, 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 oh. Oh oh, Sonny ist am Arschgau. Oder ob nicht. Warte, Mario, denk doch mal an die Geschichte. Du magst es gern schnell? Oh oh. Arme Luigi. Ah, ich dachte gleich, ich nehme den jetzt durch. Mit dem Pokerball gefangen, ja geil. Die brauchst du jetzt nicht. Oh ja, ich muss gefangen. Jetzt gehört es mir und es muss tun, was ich will. Ja, das ist echt wie Leibt und Lebt. Oder Rot. Oh Gott, oh Gott, ich scheiß mich ein. Gibt es da eine Verarsche, wo der auch so hervorkommt? Das wäre so nice. Ja. Also eine Verarsche nur mit dem? So ein Pokémon-Verarsche, wo der so hervorkommt? Das wäre geil. Mario, hör auf. Wir sind doch Brüder. Ich habe keine Brüder. Alter, ich muss es übertreiben. Mario. Das ist aber fett geworden, Alter. Oh, scheiße, es ist Kratos. Fick dich, Kratos. Ihr PlayStation-Charaktere lernt es niemals. Der hat Crash umgebracht, Alter. Den jaffst du auf Nintendo. Auf Game by Once. Und auf dem DS weiß ich gerade nicht. Oh. Ja, das macht Kratos gerne. Ja, jetzt geht es los, Alter. Was schliess ist, Alter? Du scheißverfickter Grieche! Der ist so groß. Ja, der hat so fetten Muskelrückenkörper. Und du triffst mit keiner einzigen Kugel diese riesengroße Zielscheibe, die dir ein Ziel bietet. Als wäre es ein Ziel. Ja. Nicht eine Kugel aus dem Magazin getroffen. Oh, oh. Hammerdruck. Hey, Mario. Ich habe ihn verjubelassen. Nintendo, Nintendo. Nintendo, Nintendo. Ich bin so kaputt, Alter. Oh, oh. Ich war krank, Alter. Oh, oh. Das war es dann wohl mit Mario. Packt mein Ohr auf, ihr Spieß. Was ist hier los, Alter? Oh, Mario würde sich jetzt im Grab herumdrehen. Alter. Ja, Kratos hat es abgeschleppt jetzt. Er schleppt sie noch ab. Oh Gott, war das krank, Alter. Oh Gott, war das krank, Junge. Ich will mehr davon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst so ein Like davon, wenn ihr nicht getan habt, abonniert. Diesmal verabschiede ich mich und bin damit raus. Auf Wiedersehen.